Hallo und herzlich Willkommen zu meinem ersten Video auf YouTube. Heute fangen wir mal mit der Escon an. Hier ist die erste Mission. Wir müssen uns hier hinten durchschleichen, um die Benzimpumpe zu finden für sein Bike. Schauen wir mal, das setzt auf Überleben 2, also das Schwierigste an dem Spiel. Machen wir einfach mal die Mission und dann sind wir hier weiter. Ich hätte ja noch Guzes Flinte. Die Tüsche, Tarnmilch, genau. Die könnten wir ja direkt mal umlegen hier. Haben wir ja schon mal ein wenig. Das können wir mitnehmen. Haben wir ihn immer gut gebrauchen. Steine, sehr wichtig zur Ablenkung. Jetzt schauen wir einfach mal. Dann filmen wir den einfach auch noch. Dann haben wir unsere Ruhe davor. Jetzt müssen wir hier in das Haus rein. Das nehmen wir natürlich alles mit. Das kann man immer wieder gebrauchen. Haben wir schon sowas? Ne. Nehmen wir alles mit. Hier mal reinschauen. Da stecken sich auch immer wieder gute Sachen. Hier hinten müssen wir quasi wieder rauskommen. Schauen wir mal drüber, ob hier jemand ist. Ne. Die sehen uns alle nicht. Die bringen wir um. Hier geht weiter. Auch noch ein bisschen. Wippa. Jetzt weiß ich nicht mehr. Jetzt weiß ich nicht mehr. Ich hab den auch noch drüber aufgetönten. Hier auch noch reinschauen. Das Zeug auf jeden Fall alles mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Das Zeug auf jeden Fall alles mitnehmen. Ah, den Wecker. Geht noch nicht. Leider. Leider noch nicht mitnehmen. Geht noch mal. Geht noch nicht. Geht noch nicht. Ja, die halten schon viel auf Überlebens 2. Vorher waren es eher leichtere Gegner, jetzt sind es eher schwerere. So, wo mussten wir hier nochmal runter? Ja, hier geht es doch irgendwo rein. Ah, hier. Mal schauen. Ich kann das Zeug alles mitnehmen. Da kann man ja immer wieder mal alles gebrauchen. So, ich muss jetzt hier noch die Benzimpumpe rumliegen. Da holen wir uns natürlich. Das nehmen wir uns auch alles mit. Ja, schauen wir uns zuerst noch um, was wir brauchen können. Dann werden wir ja schon das ganze Zeug herstellen. Also auf Überlebens 2 braucht man dann wahrscheinlich jede Menge davon. Von dem ganzen Zeug. Ja, jetzt holen wir uns die Benzimpumpe und dann nichts mehr weg hier. Ich muss mal die Knarre. Die Knarre. Die Knarre. Die Knarre. Die Knarre. Die Knarre. Jesus. 131. Schau, Zauz. Hier drüben! Ihr Dreckskerle! Wett von ihm! Das sind zähe Teile. So. Wir haben das auch erledigt. Okay. Arm. Nicht hinsehen. Scheiße, Armbest. Nicht hinsehen! Nicht hinsehen! Los, Sucker! Scheiße! Los, los! Dr. Ripper! Ich dachte, wir kommen hier rein. Nein, 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 nein. Aber das ist ja nicht so. Aber das ist ja nicht so. Aber das ist ja nicht so. Okay, ist das. Er wartet halt weiter auf mich. Okay, alles weiter. Nein, das ist ja nicht so. Ich werde mich wohl auch mal vorstellen. Ja, natürlich kommt er klar. Ja, natürlich kommt er klar. Okay. So, wir flitten hier. Ah, das ist ja nicht so. Das ist ja gut. Ja, das ist ja gut. Ja, das ist ja gut. Okay, das ist ja gut. Ich werde mich wohl auch mal sehen. Okay, das ist ja gut. Okay. Ja. Der Einkammer direkt aus. ich habe mitced, ich meine, wenn ich es zum Spenden her war, das war sehr charmant, ich muss was für seinen Namen finden Jupp, Bolzen, da brauchen wir diese Stücklinge hier Zedern, Setzlinge, Stecklinge, Rauchmann und Schrott, da können wir Bolzen herstellen Zene, Mr. Baker, was hat er vor? Keine Ahnung, ich werde ihm folgen Mal sehen, ob da noch mehr sind Ja, auch nicht Scheiße auf Kaupend Ich glaube, das ist für den Klicken Ende Ach, der stirbt wahrscheinlich erst unten rum Und, sag ich Ach, daneben Ach, ich sage mal Und, sag ich Ich sage mal Vielen Dank. Oh, was hält'n die alles aus, Alter. Rosa, ich hab' hier kein Problem. Nur ein paar Drifter von einem Science-Core. Wie gesagt, es wird Zeit darüber nachzudenken, also in Ordnung zur Druck. Kümmern wir uns erstmal an deinen Arm. Dann herstellen wir den und mitnehmen. Wir wollen immer alles brauchen. Da sind schon viele unterwegs. Ja, die umlaufen wir jetzt einfach mal. Ja. Wir sind ja auch gleich da. Ach du Scheiße. Oh, fucker. Okay. Okay, die wollten schon verdammt viel aus. Bei dem Überlebensmodus darf nicht mehr viel leben. Oder beziehungsweise Haltbarkeit. Kann nicht mehr weit sein. Komm schon, Baby, uns am Teufel steckst du. Hier war's. Genau hier haben wir's abgestellt. Ja, Bike ist futsch. Der Weg ist weg. Fuck. Verdammt, komm jetzt. Hey! Du wirst auskommen ins Köln. Du bist vorbei! Hey, stopp! Halt! Verdammt! Ich hab' mein Bike nicht von! Geh' mich! Ich bring' dich nicht um! Halt' eins! Scheiße! Ich hab' mein Bock stehen! Ich weiß nicht! Hey! Ich will nur mein Bike! Ich hab' nichts gemacht! Ach! Ich hab' nichts gemacht! Ach! Ich hab' nichts gemacht! Ich hab' nichts gemacht! Ja! Ja! Die... Ich hab' nichts gemacht! Nein, die Toplands Männer waren vor mir da. Ich geh' zu seinem Camp. Und bleibt hinten, ist hier keine Chance. Irgend so'n Wichser hat mein Bein geklappt. Irgend so'n Wichser. Hier läuft er gerade, als hätte er sich in die Rosen geschissen. Da gibt es ein Buch, Senn und die Kunst der Reparatur. Kennst du ihn? Nein, ich hatte früher so viel Zeit zum Lesen. Was denn? Ja, ich hatte eine Werkstätte im Ferien. Ich habe das Auge zum Lesen gegeben. Der verruftes Mechanik, das erfordert immer nur. Ja. Wir arbeiten jetzt ungefähr noch mal für die Konzentration. Nein, bist du beim Bank? Ja. Oh. 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 Das hier lieber nicht. Ja, aber gut. Ja. Ja. Das kommt frisch vom Wasser. Es scheint, wenn keine Art ist im Leben stehen, ist total verlostet. Das wurde halt, bevor die Drogen ist in 18 Uhr. Ach so, wie ist das so? Wie ist das? 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 Wie? Wie war's? Wie? Wie war's? Ich habe 5,5 Minuten. Wie war's? Wie war's? Wie war's? Wie war's? Wie war's mit der Anfrage? Ich habe's mit dem Okadasjуб offensagen. Und er hat mich zum Thema Strichung ausgelassen. Da draußen wird immer viel Grönschen erzielt. Reicht euch der Seelisch. Nie alles an. Wird eine EMG-Kante brauchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich glaube nicht, dass das legal war. Das Kürze im Gesamtsraum ist. Kürze im Kärzeln eingesetzt. Und dann fach ich zum Tipp. Das ist die Kürze. Ah, nein. Das ist die Kürze. Das ist die Kürze. So ist das. Ich hab Leon gefahren. Das hat mir leist vorbei, wir brauchen. Das ist das. Auf den Leuten, hier geht's beschissen. Oh, Lena. Ich sag, es ist einfach ein Abnehmer. Er ist weg. Station. Finde sein Versteck. Bring alles zu mir. Zu mir, Ding. Genau. Na? Was ist denn? Was ist denn? Das sind deine Männer, die früher in uns erlebt haben. Alles klar. Alles klar. Ich fach mich nicht mehr zu mir. Schicke Wütze. Nein, die. Ich fach mich bloß ganz langsam. Leon hat das kleine Wütze. Genau. Stopp. Du willst hier Geschichten machen? Dann musst du dich fahren. Und? Ach, echt? Okay. Jetzt bin ich hier schon. Das hast du. Deine Gruppe trifft er. Jetzt sind sie im Funkturm. Westenkommer, Levingau. Das sind deine Gegend. Das ist deine Gegend. Das sind nicht, aber ich kenne es nicht. Das ist der Punkt. Ja. Für heute macht man Schluss. Danke fürs Reinschauen und bis dann. Ciao. Ciao.